Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Aram und heute spiele ich ein 1 vs 1, habe mich für Undead entschieden und mein Gegner spielt Ork. Das auf der Map Terena Stand. Ja da werden Erinnerungen wach, mein allererstes Warcraft 3 Game, was ich hochgeladen habe, war genau dasselbe Matchup, genau auf dieser Map. Allerdings noch auf der alten, nicht auf der nach dem Rewerk. Euer Wille geschehe, die Verdammten stehen bereit. Ja, Meister. Euer Wille geschehe. So, ja wir schreiben auch gleich erstmal die Bildorder. Alles vernünftig bauen hier. Als nächstes dann das Ziggurat. So, und so sieht das Ganze schon ganz gut aus, denke ich. Jetzt den Shop, baue ich schon hier hinten. Da ist die Base schon relativ gut zugebaut. Gerade gegen den Ork mit dem Blademaster. Harris ja sehr, sehr wichtig. Kann ich hier hinten noch was bauen? Ja, da. Schön weit hinten alles zu bauen. Wie gesagt, finde ich sehr, sehr wichtig. Gerade wenn er dann auch Harrison kommt mit Weiwern oder so. Das ist das hinten auch sehr, sehr wichtig. Dass er nicht einfach von hier zum Beispiel angeflogen kommt und alles killt. So, ja, Andet habe ich mich für entschieden, weil ich damit auch meinen 25. Sieg haben will. Es gibt ja für so und so viel Siege mit einer bestimmten Race immer diese Bilder, die man als Profilbilder nutzen kann. Und da fehlen mir jetzt noch ein oder zwei mit Andet. Und deswegen halt mal Andet gewählt. Zusätzlich natürlich auch wegen der Abwechslung. Ich kann ja nicht nur Human spielen. Das wäre für euch ja auch ein bisschen langweilig. Obwohl es für mich natürlich um einiges einfacher wäre, dann in der Ladder ein bisschen aufzusteigen. Aber das ist ja nicht alles, ne? So, das nehme ich mir noch nicht mit, da ich ja nicht weiß, ob er wirklich den Blademaster spielt. Jetzt geht auf jeden Fall erst mal das fröhliche Gecreep los und ich werde versuchen, hier in der Mitte erst mal alles leer zu creepen. Ich baue mir vorsichtshalber trotzdem das eine Ziggurat hier aus. Oh, guckt mal. Er hat auf jeden Fall schon mal gut kassiert. Ah, Blademaster hat in der Zeit hier diesen Creep-Spot gemacht, um sich das Item zu holen. Oh, guckt mal hier. Man, Shop. Oh, ich bin die Dunkelheit. 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 Boah. Nicht umdrehen. Dumme, Fiend, dumme. Ich bin die Dunkelheit. Hat er Blader Level 2 erreicht? Endlich. Oh, ich bin die Dunkelheit. Hi, war's. Oh, ich bin die Dunkelheit. Die Zeit ist gekommen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mein Gebet ist erschöpft. Ich bin in der Ruhe. Auf in den Kopf! Euer Befehl, Meister, mein Schicksal ist besiegelt. Meine Rache gehört euch. Endlich! Ich bin die Dunkelheit. So. Meine Fienden sind allerdings alle leicht angeschlagen. So, jetzt nehmen wir natürlich Skelett, Zauberstäbe und Dust mit. Leider überhaupt kein Mana mehr. Für den Lichtkönig! Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich bin die Dunkelheit. Ausbau abgeschlossen. Oh, Ticke ist schon durch. Ihr habt gerufen. Ich bin die Dunkelheit. Monter Schatten. Auf in den Kopf! Wo soll mein Blut vergossen werden? Ich gehorche mit Freuden. Meine Rache gehört euch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, da ist er schon wieder. Ah, die arme Fienden muss jetzt leider dran glauben. Ah, der Grunt aber auch. Ich bin die Dunkelheit. Reiten oder sterben! Das Ruhrheit der Bösen erlebt. Ich bin auf mir Sohn für euch. Spürt meine Sorgen, Zudienst. Auf in den Kopf! Für den Lichtkönig! Was hat er? Will er schon aufgeben? Was hat er denn? Was hat er denn? Und da geht er raus. Ich werde bekloppt. Naja, ich hoffe das Spiel hat euch gefallen und wenn ihr habt, zieht euch auch das nächste wieder ein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram.